Ja, heute koche ich meinen Salat. Au, ich bin krank. Mama, Papa. Ah, du bist krank? Ach, ich fühle dich mal. Mal sehen. So schlimm wird das auch nicht sein. Au, ist das heiß. Ich muss schnell auf den Bad. Au, 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 au. Au, au, ist das heiß. Es wird auch schlimmer. Was schleißt du dir so? Ich muss nicht reißen. Gottverdammte. Einmal Grenzkontrolle, bitte. Ach, bitte nicht. Komm mal bitte raus. Nein. Dann komme ich. Nein. Gottverdammte. Nein. Sonst gebe ich dir eine Spritze. Nein. Ja, dann kommen sie raus. Nein. Du Arschkopf, da darfst du hier nicht rein. Nein. Ist das so, weil du was Verbotenes da hast? Nein. Lügner. Ja, warum denn? Soll ich dir doch eine Spritze geben? Nein. Nein. Dann seien sie ruhig. Nein. Gottverdammte. Nein. Sie dürfen nicht hier durch. Sie sind festgenommen. Alles, was sie da kann und will, sie nicht mit Nein sagen. Nein. Nein. Sie sind nicht festgenommen. Nein. Nein. Okay. Einmal durchfahren, bitte. Ich hasse sie als Polizist. Warum denn? Weil sie immer eine die Spritze geben müssen. Nein. Nein, 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 nein. Nicht vor meinen Schültern. Post ist da. Ach, ich hatte meinen Job. Yes. Cool. Mama und Papa haben das alles bestellt. Das ist ja Wahnsinn. Alles reintun. Kind. Danke, Mama. Danke, Papa. Danke, Papa. Verdammte, das haben wir nicht bestellt. Nein. Wir haben eine neue Küche. Wir haben einen Schlitten. Wir haben... Was ist denn das? Und wir haben noch einen Schlitten. Hm, egal. Wir können es benutzen. Und wir haben einen Fußball und ein Fass. Ne, der Fußball gehörte nicht dazu. Den hatten wir schon. Aber der Fass... Was zum Teufel brauchen wir den Fass? Ach, das fixen wir morgen, oder? Nein. Okay. Okay. Geht's dir gut? Das ist ja noch schlimmer aus der Bestellung. Eine kotze im Zimmer? Da wollen wir nicht mehr schlafen. Hm. Also, da gehe ich da rein und da muss ich nicht ins Kindergarten. Nö, du willst nicht mehr rein. Du musst ins Kindergarten. Ach Gott, verdammt. Ich gehe nicht mal ins Kindergarten. Hä? Was macht das denn Topf da? Also, du kannst vielleicht gleich wie ich sprechen, aber du hast wohl das Ganze vorne, dein Bruder. Papa, kannst du alles kurz wegmachen? Ich bin jetzt wieder gesund und munter. Nein, du musst hier zwei Tage drin sein. Nein, da wollen wir nicht mehr rein. Du kannst alleine sein. Ich muss gleich noch verkotzen, weil das so ekelhaft ist. Der Topf spielt verrückt. Aber hey, warum ist die Fleischklötze, in denen es das nicht nur ist, ich habe auch Fleischklötze gemacht und diesen voll verbrannt. Ja, Fleischklötze von Mama ist ekelhaft. Hey, den haben wir verbrannt. Ja, aber das wird auch wieder vieles nicht essen. Doch, ihr müsst hin. Du wißt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017